Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 22. Juli mit Sophie Brach. Guten Abend, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind mitten in den Sommerferien und auch gefühlt mitten in einer Corona-Sommerwelle. Keine gute Kombination für die Unternehmen hier bei uns in Essen. Denn im Moment fallen an vielen Stellen ungewöhnlich viele Mitarbeiter aus. Viele sind im Urlaub, krank oder eben in Quarantäne. Bei der Ruhrbahn fallen deshalb schon einzelne Fahrten aus. Im Jobcenter werden Termine verschoben. Auch die Stadt spürt die Personalprobleme. Sie setzt Prioritäten, sagt Sprecherin Jasmin Trilling. Bei sowas wie der Stadtteilbibliothek, da kann es tatsächlich sein, Personalengpasta müssen wir schließen. Bei sowas wie der Feuerwehr, dann kann auch mal sein, dass Überstunden nötig sind, weil wenig Personal da ist, aber das ist unersetzbar. Die größten Probleme haben aktuell die Entsorgungsbetriebe. Sie müssen Sperrmüll und wilde Müllkippen gerade teilweise liegen lassen. Die Lage war ziemlich angespannt im Essener Norden in den letzten Wochen. Mehrere Massenschlägereien, zum Beispiel in Altendorf, haben dafür gesorgt, dass sich die Anwohner sehr unwohl in ihrer Nachbarschaft gefühlt haben. Jetzt gibt die Polizei aber eine kleine Entwarnung. Die Lage hat sich wohl beruhigt. Die Polizei sagt, dass es seit den letzten Schlägereien in Altendorf vor rund drei Wochen keine neuen Einsätze gab. Ob der Streit zwischen zwei arabischen Großfamilien damit beendet ist, ist aber unklar. Ein sogenannter Friedensrichter wollte den Streit nach islamischem Recht schlichten. Ob er das getan hat, kann die Polizei nicht sagen. Sie ermittelt weiter, wer bei den Schlägereien genau dabei war, um Beteiligte auch nach geltendem Recht bestrafen zu können. Bei den zwei Schlägereien Ende Juni sind mehrere hundert Menschen aufeinander losgegangen und haben sich unter anderem mit Stühlen geschlagen. Wer heute Morgen an der Uniklinik in Holsterhausen vorbeigekommen ist, der muss sich gedacht haben, was ist denn hier Schlimmes passiert? Dort gab es nämlich einen riesigen Feuerwehreinsatz. Der Grund für die Aufregung war ein ausgelaufener Kühlschrank. Der stand in einem Patientenzimmer. Aus ihm ist giftiges Ammoniak ausgelaufen. Bei einem solchen Vorfall in einem Krankenhaus wird automatisch die halbe Feuerwehr alarmiert. Dabei war sie aber gar nicht nötig. Ein Mitarbeiter der Betriebsfeuerwehr hat den kaputten Kühlschrank sofort auf einen Balkon gebracht. Die Feuerwehr selbst hat dann nur noch gelüftet und gemessen, ob Schadstoffe in der Luft sind. Den Patienten aus dem Zimmer ist nichts passiert. Der Forschungsstandort Essen entwickelt sich immer weiter. Die Uni Duisburg-Essen bekommt ein neues großes Forschungszentrum. Das Gebäude mit Büros und Laboren entsteht am Turmfeld im Nordviertel. Es kostet 70 Millionen Euro. In dem Gebäude sollen sogenannte aktive Zentren erforscht werden. Das aktive Zentrum ist die Stelle an einem Teilchen, an der es sich mit einem anderen Teilchen verbindet. In neuen Geräten können sich die Wissenschaftler diesen Vorgang live angucken. Das gibt es bisher nicht. Die Ergebnisse der Forschung könnten unter anderem dabei helfen, CO2 zu sparen. Das neue Forschungszentrum im Nordviertel soll in vier Jahren fertig sein. Endlich ruft die dritte Liga. Bei Rot-Weiß Essen ist die Vorfreude kurz vor dem Saisonstart groß. RWE spielt morgen in der dritten Liga gegen den SV Elversberg. Es ist das erste Spiel für RWE im Profifußball seit über 5000 Tagen. Das Stadion an der Hafenstraße ist fast ausverkauft. Die Fans sind schon aufgeregt. Ich war noch nie in der dritten Liga mit Rot-Weiß. Darauf freue ich mich sehr. Selbst wenn es jetzt Samstag erstmal gegen den Aufsteiger ist, aber selbst da ist die Euphorie groß. Und man hofft natürlich sofort auf drei Punkte. Anpfiff ist morgen um 14 Uhr. Radio Essen ist wie immer live dabei. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad. Hier und da ist der Nachthimmel stark bewölkt. Vereinzelt kann es auch kleine Schauer geben. Das bessert sich dann morgen aber. Die Sonne zeigt sich den Tag über viel. Nur ein paar lockere Wölkchen sind ab und zu dabei. Aber Schauer sind keine in Sicht. Dazu sind bis zu 25 Grad bei uns in Essen drin. Die nächsten Nachrichten aus Essen gibt's bei Radio Essen wieder morgen früh ab 7.30 Uhr. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.